Grüß Euch! Am 3. März hat Trulla aus Berlin offiziell den Status der Nummer 3 ausgerufen. Sie benutzen immer die Dreierregel und diese bringt sie zum Erfolg. Während in konspirativen Kreisen und bei den Wahrheitssuchern immer noch nach dem Geheimnis von Nikola Teslas 369 geforscht wird, wenden es die Herrschenden schon lange gegen uns an. Und es ist die Anwendung der Dreierregel, welche Ihnen den Sieg und den Erfolg garantiert. Gleichzeitig verhunzen und verstecken Sie diese Regel in der hegelianischen Dialektik mit ihrem These, Antithese, Synthese. Das ist nichts anderes als intellektueller Dünnpfiff, weil Sie damit unser Verstehen und unser Begreifen der Dreierregel verhindern. Wenn Du aber selber denken kannst, wenn Du selber logisch denkst, dann weißt Du, dass Schritt 1 Aktion, Schritt 2 Reaktion und das spielen sie durch seit letztem März in dieser Virren-Viren-Geschichte. Und sie, sie reagieren ja immer nur auf die Bedrohung, sie reagieren auf die Notlage, sie reagieren auf die Zahlen. Der Virus agiert und sie reagieren. 1, 2, immer hin und her. Das könnten sie ewig dahinspielen. Solange sie aber Schritt 1 und 2 immer hin und her spielen, haben sie ja ihr Ziel noch nicht erreicht. Den Erfolg bekommen sie mit der 3. Und wenn Du das Prinzip begreifst, siehst Du gleichzeitig, dass der ganze Mist jetzt vorbei ist. Weil wir wissen eh, wenn Papa und Mama von oben nicht eingreifen, dann würde ja nichts Lebendes mehr übrig bleiben. Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze würde das überleben. Leben wäre dann zu Ende. Und da brauchst Du ganz sehr dazu, um zu wissen, was jetzt kommt. Und deswegen ist es so gut für uns, dass die jetzt ihren Status 3 eingeläutet haben. Ganz offen, ganz offiziell angekündigt. Drum benutzen sie ganz gezielt, bewusst und so oft wie möglich die Zahl 3. Das heißt, sie können sich jetzt auch nicht mehr hinterm Zweier verstecken, hinterm Reagieren. Jetzt müssen sie offensiv werden und ihre wirkliche Agenda und ihre Ziele jetzt offen durchführen. Und das heißt auch, dass sie ihren Terror jetzt ganz offen zeigen werden. Und das hat schon begonnen mit dem Militär auf den Straßen in Österreich und überhaupt. Das Bild hier ist Griechenland. Dort haben die Sicherheitskräfte weiße Helme auf. Das ist der Mopp, ja ganz richtig. Und die Mainstream-Medien, die alternativen Medien und die kontrollierte Oppositionsmedien posaunen alle dasselbe. Auch im Radio wird die dritte Welle wie verrückt getrommelt. Und jetzt plötzlich, nach einem Jahr, gibt es ganz viele Fälle bei Kindern. Ist schon komisch, gell? Vorher waren die Kinder überhaupt nicht wichtig. Ach, die brauchen keine Maske, die werden sowieso nicht krank, weißt? Und jetzt plötzlich. Die ganze Aufmerksamkeit jetzt auf den Kindern. Es gab eine ganz wichtige Kinder- und Jugendkonferenz am 8. März. Und da wurden drei Programme beschlossen. Ein Tutorenprogramm, ein Intensivprogramm und ein Ferienprogramm. Aber die Programme selbst haben sie natürlich nicht erklärt. Das Ganze dehnt sich auf 3000 Personen aus, die da zusätzlich noch mit eingestellt werden sollen. Und das Ganze wurde beschrieben, Zitat, begleitend, helfend, unterstützend. Schon wieder drei. Und auf dieser Pressekonferenz standen drei Figuren auf der Bühne. Ihr könnt euch das anhören, ich gebe den Link dazu. Aber vielleicht schaut es euch das auf zweifacher Geschwindigkeit an, dann hast du es schneller vorbei und dir wird es nicht ganz so schlecht. Also wenn wir sowas machen würden, drei Leute, drei Schritte, drei Programme und drei Wellen von etwas, das es gar nicht gibt. Wenn wir so eine Obsession mit den Dreiern an den Tag legen würden, uns würden es für verrückt erklären, oder? Aber wenn die das machen, merkt es anscheinend keiner, oder? Das ist so absurd. Am 11.03. hat Willi, der Obertierarzt der Nation, bei der UNO den Rapport abgegeben, dass sie die dritte Welle in Deutschland erfolgreich aktiviert haben. Und der Tierarzt sagt es auch noch. Sie sind im letzten Drittel. Hoffentlich weiß es die Mutante auch. Dieser Dreier, das ist deren Code, damit signalisieren sie ihren Chefs, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sie sind im dritten Schritt. Das hat mit dritter Welle von Infektionen überhaupt nichts zu tun. Das ist der dritte Schritt, die Nummer drei, der Erfolg. Auch wenn es eines der höchsten, schlimmsten Traumata ist des Menschen, nämlich die Angst vor Verfolgung, als eine der schlimmsten Ängste, sollen wir uns trotzdem von denen nicht beeindrucken lassen. Zusammenfassend kann man sagen, Es läuft alles wie geplant. Sie spulen ihr Programm ab. Sie halten ihre Deadlines ein. Sie sind jetzt im Dreier. Das Ergebnis wird bald sichtbar. Und das ganze Ding können sie jetzt nicht mehr stoppen. Ich weiß schon, das dauert jetzt alles so lange. Ah, wann ist es denn endlich soweit? Und ah, macht es doch endlich weiter. Und ihr werdet sehen, wenn es dann soweit ist, geht es ganz schnell. Und ich glaube, sogar wir werden erschrecken. So schnell geht es dann dahin. Noch kurz was zu Irli. Also diese Familie, die den Kontakt zu Irli hatte, wohnt ein bisschen weit weg von mir. Aber ich konnte sie schon mal besuchen. Und wir sind ein Teil durchgegangen. Wir müssen uns sicher noch ein paar Mal treffen. Es ist jetzt erst mal herausgekommen, dass die wichtigsten Sachen, die jetzt uns ganz konkret hier jetzt betreffen, dass die von mir eigentlich alle schon abgedeckt wurden. Nur noch kurz einen Zusatz. Dann gibt es kein Geld mehr, hat Irli gesagt. Dann bedeutet immer hinterher. Danach gibt es kein Geld mehr. Das denkt man ja eh sowieso alle. Denn sie haben das Gefängnis ja mit dem Geld aufgebaut. Und dann noch eine kurze Ankündigung für die Sonderiten. Ich danke euch für die Anfragen. Ich werde jetzt am Wochenende endlich wieder neue Sonderiten herstellen können. Ich gebe es euch dann in einem Extra-Video noch bekannt. Und hier seht ihr, was das Wort Appa bedeutet. Nur wer einen Berg vor der Nase hat, weiß, was Appa ist. Das ist, was Irli gemeint hat, auf die Frage hin. Wann passiert das? Dann hat er gesagt, grau schaut's her und Appa ist's. Alles Liebe und bis bald.